Es ist der letzte Tag von unserem Urlaub und man muss Urlaube auch mal stilvoll beenden. Und eine Möglichkeit ist, irgendwo in den Blue Mountains in einem Nationalpark ein Champagner zu haben, während im Hintergrund irgendwo ein wildes Känguru herumhüpft. Da oben auf dem Ast saß eben noch ein lachender Hans und ansonsten fliegen hier Kakadus durch die Gegend. Guten Tag, wie geht's? Und das ist Johnny, der einen super Job gemacht hat als unser Guide und der auch den Champagner gebracht hat. Ja, das war unser Australien-Urlaub. 14 Tage Australien. War zu kurz. War zu kurz, wir kommen wieder, aber sicher. Garantiert.